Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge Täglich zockt das Mommeltier Ja Leute, eigentlich wollten wir gerade Buszimmerleute aufnehmen Aber da wir so anstrengende Arbeitssachen Alles mögliche hier drin hatten, dachten wir uns Komm, wir spielen jetzt heute UNO Ist ein bisschen entspannter Das sag ich ja, entspannt Das wird richtig laut werden Das seh ich jetzt schon von mir, ne Aber, Joas ist auch dabei Klar, wie immer Diesmal UNO auf dem PC, nicht auf der Konsole Da haben wir nochmal, das wollen sie auch drauf in die Hand genommen, ne Aber letztendlich ist mir das Ursch Denn wir spielen das Spiel hier auf japanisch Perfekt, Alter Aber Hauptsache da ist ein 2 Was ist das für eine Taste? Scheiße Wie kann das jetzt, das sind so blau und rot Aber ich hab's auf japanisch geschalten, wie der blau Das ist S, du Lappen Nicht B Du hast wechselt immer wieder Digga, wie schnell Äh, D, Wann, das ist so unschwierig Ich hab's noch nie einmal verkackt, Joas Ja, ich hab den Goro gesagt Was ist das denn? Zum Glück hat das kein Wort gemerkt Jaaah Jaaah, halt's den Maul Was sagst du, Luftgeist, geil, oder? Hier ist scheiße S S S, S, reicht Was macht ihr denn da? Fuck nicht Oh no Oh no Oh no Oh no Okay Pass Ich hätte sogar mehr Punkte gekriegen als ich Round 2 Fight Oh Marios, ich muss schon 2 ziehen Oh no Der hat ne blaue 7, das weiß ich Omae wa mou shindeiru Nani Jaaah Eti Als ob Jawoll Was? Was das denn? Karma, anata wa mouhou-chu-no-messu-inu-no-musiko Der hat das zuhause mal gespielt Und da musste ich 5 und 3 die Karten losziehen Äh 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 So Ey, ich hab doch Uno gesagt Ich hab Uno ges- ich hab's auf Aufnahme Ich hab Uno gesagt Nope Ich hab's auf Aufnahme No 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 Das ist ja geil Das ist ja geil Wie jetzt Besser als Nachricht Alle haben hier Uno Ich muss eine Zeit Das ist ja geil Das ist ja geil Das ist ja geil Ich hab's nicht gelesen 12 Sekunden später Ich hab's nicht gelesen Ich hab's nicht gelesen Sag das Ich hab's nicht gelesen Ich hab's nicht gelesen Ich hab's nicht gelesen Ich bin da Er wird auf dem Ja, hallo, darf ich jetzt auch mal spielen? Hey! Komm, du Glaffen, dafür kriegst du gleich mal zwei nehmen, yay! Ich hoffe, ich kann Paul hier und richtig siegen. Jetzt kannst du mich nicht mehr töten. Ja, komm, du Runde-Zone, ey! Ich hab nichts, kein Orange, bei 12 Karten. Jawohl, damit ist der Sieg in der Tesch. Was? Dumme! KI! Komm jetzt, ich habe doch die Möglichkeit irgendwas zu ändern. Nein! Ja! Und der zu viele Karten! Ja! Zahle 33 plus! Ja, wenn die jetzt auch eine 1 plus hat, legt die nicht. Komm schon! Ich hab kein Blau, ich hab auch kein Grün! Das hab ich auch nicht! Das hab ich! Ach, Dalva Job! Ja, genau! Erstmal das sind Gewinne, wir gönnen ihr. Die 70 Punkte! Ich will Blau nehmen, das ist sehr gut geworden. Was hat das jetzt gebracht, so lange zu überlegen? Das hab ich ja eigentlich auf der Rückseite für ne Karte. Orange in der 8! Nice. Ist eigentlich auch egal, ich hab nicht mehr jetzt gewonnen. Das ist nicht von! Danke! Jawoll! Ja! Nein! Nein! Das ist doch 250! Ja! 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 Warum zieht er? Ist er dumm? Alter! Ja! Hör halt auf! Digga! Weil ich, äh, einen Schluck getrunken habe. Oh Gott! Wenn er jetzt auch eine 5 plus hat, dann kriegst du die ab. Ah! Hat er nicht. Ist er dumm? Was ist das? Alarm Uno aus ey! Was macht der? Meiner so lohnt sich nicht zu gewinnen bei den wenigen Karten oder was? User joined your channel! Wir kriegen echt einen Spieler rein! Klaus Bär! Klaus Bär! Klaus Bär! Klaus Bär! Kommt! Zivius Dom! Ja! Zivius Dom und gönnt! Klaus Bär! Ja! Ja! Klaus Bär! 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 Du Blappen! Zivius Dom und gönnt! Hä? Er hat Uno gesagt! Trotzdem angefechtet! Diskutier nicht mit dem Hund, jo! Das bringt nichts! Oh, guck mal! Klaus Bär wird ersetzt durch, äh, Mickey Mouse! Das Spiel leckt, wenn ich ganz schnell die Maus bewege! Oh, jetzt... Was ist denn jetzt passiert? Klaus Bär ist wieder da! Ey, ich mach nie weg! Oh no! Oh no! Der gelbe Fünd, das hab ich gesehen! Das war ja auch nicht schlecht! Ja, Klaus Bär! Das ist gut! Das ist sehr gut! Ich muss jetzt nicht lenken! Ah! Ah! Ne, oder? Nein! Ah! Weil ich ja nicht... Ah! Wer kommt jetzt? Oh nee, was ist das denn? Mr. Bookboy! Er scheint, hat ihm seinen Bruder schon erlaubt, Nintendo zu spielen! Ja, kann sein! Grad, äh, grad, äh, ist er acht geworden! Hat er, er hat er plus für! Und who yours? Natürlich! Dann kommt das wohl wieder zu Klaus Bär! Zurück! Au! Zantikarten! Joas! Beim besten Willen! Das glaub ich dir nicht! Du Wechser! Ja! Wie lang? Wenn ich jetzt gewinne, weißt du eigentlich wie viele Punkte das werden? Ja! Oh no! Jawoll! Punkte, Punkte! Ja! Das wird immer... Das wird immer... Das wird noch gezählt von der Rucksack! Jawoll! 288 Prozent! Ich glaub... Na, das sind wenig Karten. Wenn ich jetzt den Win einrollen würde, das würde ich nicht so viel bringen. Ja, aber du würdest gewinnen. 50 Punkte bringt das eigentlich immer. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ach, schade. Leider zu wenig Karten. Dreht sich noch. Ne. Alter! BTF! Willst du dich verarschen? 31 Punkte! Nein, nein, nein. Nein! Jetzt gewinnen wir, Leute. Geht! Oh! 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 Was sag mal, Jurs? Das reicht auch langsam, ne? Das ist spannend! Gönn. Ach. Er gönnt nicht. Keine Slot-Maschine. Slot-Maschine ist im Vergleich zu dem Spiel noch fair. Jawoll. Hier ist Uno. Uno für ihn. Uno-Gott. Anfechten. Und Karte ziehen im Akkord. Jawoll. Wieder Uno. Es funktioniert. Hallo! Ich hab gedrückt! Immer und immer nicht gedrückt. Ihr habt's auf Aufnahme! Digga, was geht bei denen ab, Alter? Soviel zu deiner Lila-Theorie. Ja, aber er hatte Pink. Aber Mr. Bookboy hatte Lila. Da ist Alkohol drin. Brauch mal. Um das hier zu überstehen. Ne? Try me, Bitch. Hallo! Digga, das ist knapp! Wir verlieren nicht gegen irgend so'n Achtjährigen! Scheiß Glücksspiel. Nächste Woche streamen wir Casino. Was? Nein. Sag mal, was ist denn das? Was ist das für eine Scheiße? Jetzt fechtet ihr das am besten noch an, ne? Ich sag so'n Achtjähriger. Ist das dumm? Wenn Paul jetzt nix hat. Ja! Das wäre 200 Punkte. Nein! 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 Ich fürchte davor, was Paul legt. Setze die Macht des UNO-Betruges ein! Kame! Kame! Nur um uns in Länge zu ziehen. Ha! Ja! Nee! Ist klar! Ja! Nee! Ist klar! Weil der Betrug nicht größer werden kann! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020